ich mach mein handy lautlos ja das war der anfangssatz für unser neues let's play ja willkommen zu einer neuen folge mit dabei der berti und der six oder wollen wir anfangen ja neue karte neues glück durch unseren neuen mitstreiter ach du scheiße so ich bin im schneebi oben ich weiß so erstmal freunde ein freund einladen ja und ich bin im waldbiom nahe vor ort ich glaube mal zu six da lauf ich nicht hin das ist im fall also ich bin in der nähe von berti super ihr seid ich bin hier im schneebiom da laufe ich nicht hin kommt mal zu mir angrenzend an den fluss und der lauft mal zu mir okay dann kommen wir zu dir ich laufe nur ein stück weiter ja ich muss ja irgendwo wie wieso ist das hier auf einmal so neblig keine ahnung verwarten als wenn das hier schon dunkel wird oder so guck mal ob ich nebenbei gleich ein paar blueberries finde hier kann ich gar nicht halten ja müll im wald äh was ist los ich werde verfolgt wieso wieso finden die mich gerade so toll wie sie laufen die so schnell hinter mir her weil sie es können wieso ist das hier so neblig weil das weil sie es können ich habe aber gar nichts zum verteidigen oder standard ausrede warum ist das so weil man es kann das ist nicht eigentlich meine aufgabe anfangen zu sterben so ich bin ich bin zwar nackt aber ich habe jetzt eine mütze auf ja ich bin zwar nackt aber ich habe eine mütze äh das kann man jetzt falsch verstehen hier ist direkt schon das nächste biom angrenzend was ist es denn für eins dieses ödland mit den ruinen äh ne das ist blöd das ist das fallout da wieso ist das hier so blöd neblig das ist doch sonst nie so neblig ja ich entferne mich gerade so ein bisschen von euch ja ich wünsche auf den weg zu dir ein schwein das kriege ich nicht da mir nur gerade müll auf oha sind wie viele zombies ja das geht mir hier genauso irgendwie also hier im wald geht's gut das mag sich daran liegen dass ich keine sehe ich versuche gerade irgendwie mal ja also ich ich laufe hier gerade mal die straße entlang und versuche einfach mal ein anderes biom zu finden ok dass natürlich die teile gut ist ähm rechts oder geradeaus äh du ja du läufst die straße lang da ist ein schwein ein totes schwein ja rechts oder geradeaus äh weiß ich nicht achso ist ja schon tot ja ihr dürft euch jetzt entscheiden dann gehe links lang geht nicht da komme ich ja zu euch äh dann gehe ich denn ok red ich um 360 grad und geh dann in die richtung in die du guckst nee das problem ist ich denke jetzt nach fleisch und das ist ganz ganz doof äh ich brauche ich bin ja so ein helles köpfchen also ich sammle mal nebenbei äh hier äh cotton ich packe mal alles in mein inventar außer die waffe die ich gerade habe ja das ist nur so ein schlagstock also von daher ist es nichts schlimmes das halte ich das halte ich dann sterbe und ich alles verliere das klingt nach dem plan der könnte von mir sein ist aber von mir verdammt auch ein blindes gut trägt man im korn krankenschwester sie sieht mich noch nicht das ist gut aber sie kriegt mich statt 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 dann würde ich sagen äh sonst äh siedeln wir dann näher waaah oh eine scheune doch ein hirsch aber er ist zu schnell oh backe oh backe rund 300 zombies brenn äh aua bürger mit dem zorn von brüttäus oh gott da kommt jetzt so ein dicker ah ich krieg den hirsch eventuell sogar äh ich brauche das überleb ich nicht halt los oder vielleicht gott wie viel schläge kann der denn einstecken ich hab's doch überlebt und der hat natürlich nichts dabei aber die umgebung ist ja total kacke eigentlich ja ich äh sammel ich brauche mir mal gerade schon eine axt nein er entkommt ok das ist sogar was relativ großes spüren die macht des feuers und hier laufen auch ganz viele schweine rum ich hab meine facke kaputt gemacht da ist das doch eher was kleines ähm ich heb aufm weg auch mal hier das ganze kotten und so auf ne ja ich hab eine scheune entdeckt ich geh da mal gucken ich dachte eher ihr kommt mal her ja ich bin so halb aufm weg aber auch nur halb ja ich lass mich immer hier von den ganzen Müll ablenken na wo seid ihr ja ja ich bin nicht in dieser scheune gleich was tolles also hier sind echt haben wir viele zombies merke bei einer wenn man eine scheune äh wieso schockt da jemand aua man das tat weh ne ich hab 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 hilfe zum 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 tutorial wobei das jetzt hier anscheinend tatsächlich nur drei häuser zu sein scheinen das ist relativ gut eigentlich das witzige ist die zombies da in dem haus riechen mich und versuchen jetzt sich rauszuschlagen anstatt dass sie durch die tür gehen nein die die zombie intelligenz ich meine die sind ja untot quasi und ihre gehirn ist quasi auch untot und dadurch hat zu hause gefunden eine riesengroße klippe ich will hier erst mal hier durchs durchs dorf das ist nämlich doch nur dorf also wenn dieser scheude das heu fehlt dann war ich da schon an so einem großen sie ist das nicht die große weh das teil ist riesig macht euch keine gedanken ich bin eh gleich tot wäre zwar schön wenn ihr noch herkommt ich komme nicht raus nicht rein ja schlag das ruhig weiter ein das schöne also ich finde hier lauter tolle sachen in dem dorf okay ich habe schon munition gefunden und ganz viele painkiller ja ich bin gar nicht so weit weg von dir keine ahnung hallo ja mann nur nervholzen ich habe hier ganz viele zombies die fetten habe ich alle schon umgehauen dass das schöne aber ja trotzdem was wir noch ein bisschen was mein inventar ist schon voll also das lohnt sich hier wirklich dann sollten wir in der nähe siedeln nee das sind ja nur drei häuser also wird das leer haben lohnt sich das nicht mehr das wäre halt echt praktisch wenn ihr herkommt schon was zu plündern ich meine ich lasse hier jetzt sowieso gerade die zombies meine arbeit machen weil die hier die ganzen häuser also die die schlagen quasi hier gerade eingänge weil ich hier rumlaufe okay hier sind drei hier schon ja ich hier ist bei mir auch echt heftig mit wild ganz schön bild das bild oh gott oh man ey oh man ey oh was ist heute ich habe hier schlechten wortspiele aua doch mal gucken wo ich mich dann hochheilen kann ich glaube ich bin bei dir die häuser da ja da kommt ein hirsch ich reife ihn an ich scheue ich ihn zu dir ah egal der ist so schnell der kümmert mich dich du schleppst natürlich ein zombie mit ja das könnte sein dass da noch ein paar mehr kommen nee erstmal hier ja ich komme nochmal zu euch jetzt also welches von den häusern wollen wir das was hier schon fast kaputt ist das kleine da ja da machen wir das was äh wollt ihr das also in geschlagen nehmen oder nee ich schlag erstmal die zombies tot ha 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 nein du blöds du blöder Arsch hast du mich gehauen Entschuldigung wie kommen wir da jetzt rein hast du ne Hacke ja hast du mach mal auf ich hab noch keine Axt ok kein Problem ich bring putter mit ich bring Öl mit einmal Schwein und einmal Hirsch wie schnell hast du jetzt aufgesammelt hier ganz schnell ja hätte ich ja gar nicht reingeben brauchen nächstes Haus aber warte mal ne doch da von hier von der Haustüre Achtung da sind auch Zombies drin siehste ja ja nur das untere kriegen die irgendwie nicht weg dann kann ich den hauen soll ist er tot soll ist er tot wer ich hab ordentlich was jetzt grad zu werdet ihr euch vergnügt da jage ich schon mal ein paar Hirsche das ist so praktisch weil ich hab nämlich schon ne Ambos ich hab n Buch ich hab n Sesse ich hab Mützen willst du ne Mütze haben? Mützeglatze 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 ähm warte hier hab's dir irgendwo hingeworfen ne doch nicht warte hier da ah da brauchst du noch ne Mütze äh ne eine reicht glaub ich der ist Cap so so verlass ich erstmal schnell 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 war ja klar ok überall wo ich reingucke ist nix drin hier ist aber noch ne Tür die noch zu ist ja also ist es hier alles untouched und trotzdem nix drin war doch hier ja wer hier hm ich hör'n Zombie da hinten ist auf jeden Fall aber noch ne ja ach da liegt irgendwo ein Handy das war nicht bei mir oh ich muss ja ganz ehrlich sagen der Kühlschrank ist extrem laut so ich würd ja gern zu euch kommen nur irgendwie ich werd ja androof mit irgendwelchen Pieren abgehalten so wo war jetzt ne Tür Tür? da hinten weiter hier läuft irgendwo ein Zombie rum der macht mich nervös 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 na na ich guck schon mal ob ich irgendwas äh zusammenschieben kann hier wir sollten doch länger aber sicher Gedanken wegen dem zuhause machen ja erstmal hier plündern ja erstmal hier plündern ne oh ähm das könnte etwas dauern ok lalalala ich schieb hier sowieso grad mein Inventar alles so ein bisschen zusammen ja dann passt das ja wobei das irgendwie nix bringt aber also so ein paar Hungern brauchen wir so schnell nicht ne geht mir ähnlich ich hab ganz schön viele Konserven gefunden ja und ich Hirsch oh da ist ein Gun Save drin oh das ist super dann darfst du den gleich mal plündern da oben war der nächste Hörsch da oben war der nächste Hörsch da oben war der nächste Hörsch aaaah ein Zombie hello Mr. Zombie man ach der ist ne Hase hat er hier die ganzen Schränke ausgelassen wo? hier hier waren überall noch leere Gläser drin echt waren da noch Schränke? hab ich da echt was übersehen? ja ups ich verteidige dich ich glaube das ist so ein Hochland Biom ach ne nicht schon wieder Hochland ja das ist so ein Hochland Biom ok da war schon mal fast ne ganze Strohzente drin nimmst du natürlich nicht mit ne? hab ich doch ne ok ja hab ich jetzt mich verdrückt oder was? doch hab ich da war aber eben noch was drinnen die Sachen waren drin ich hatte jetzt eben noch mal drei Sachen drin warum liegt da jetzt ein Base Cap drin? weil ich das da reingelegt hab ok also hier ist ne echt geile Stelle für ein Haus ach nö das war das Haus hast du irgendwas im Inventar was wir zusammenschieben können? ähm bestimmt äh bullet-casing ja oder casing äh federn ja komm mal her, komm mal her wo bist du? wo bist du? da da bist du noch im Haus äh das kann weg warte dann werf du hast hast du noch Platz im Inventar? ja dann werf mir mal all das zu was du also die die werf mir mal die bullet-dings-bums ne warte mal ich muss dir auch was ich werf dir die bullet-dings-bums zu so hab ich die bullet-bums was ich brauch nämlich auch Platz im Inventar he he hast du? wo sind sie? drück einfach E ok hab sie ähm warte dann werf ich dir noch ähm ja hm hast du äh cloth-fragments? äh nö aber cotton haste cotton hab ich ja ja dann werf ich das auch zu ich mach hier mal nicht den cotton ähm was hast du denn noch? dieses alte Sandwich oder Animal High oder äh ne ich hab aber noch can of chili und chicken ration ja can of chili bitteschön ähm das hört man ja so oder so am Anfang ne? ähm hast du noch irgendwas? so Scrap-Blead oder Scrap-Iron ähm Federn hast du waaah zombie äh painkiller äh ich geb dir auch mal meine Bandage äh ok äh Wasser? Wasser hast du auch nie? Wasser brauche ich erstmal noch ähm ähm bitte dann noch äh lamp ration ne hast du noch Papier? hier habe ich gar nicht ok was ich höre hier irgendwas? ja ein Zombie hm egal ah ich höre eine Armbrust ah da ist er jo dann ab in dieses Haus hier ach das seid ihr? oh Gott er schieß mich bitte nicht hey Aloe los aufmachen ich habe ja immer noch nichts zum aufmachen oh lala 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 ach ja ich haak oh hat er sich böse an blünn an oh was ist das denn? äh leere Stüte Regal mhm 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 oh mhm so Badezimmer ist leer oh Short Iron Pipes mhm der der Grill ist fast gesichert ich habe auch schon eine Short Iron Pipe ich habe auch schon eine Short Iron Pipe lala lala ja wie viele Leute machen wir mal eine Tür zu öffnen? nein ok ich sehe da nicht viel drin geht es hier noch irgendwie nach oben oder so? ne leider nicht jetzt kontrolliere ich hier nochmal alles ja guck mal hier in das Bücherregal ob da was drin ist gerade sahst du ja auch dass da noch in dem Gunsafe was drin war ich habe dir hier echt was ausgelassenes ich dreh doch durch habe ich schon weh dass ich nach Essen stinke? ich stink auch ähm so weiter geht's ähm warte die Weißen ja da woanders waren wir drin da könnte noch eine Mütze für dich drin liegen ja egal im Ganzen ja gut die ist ja die muss ja sicher sein richtig ich habe ein Buch gefunden welches denn? das willst du gar nicht wissen Schmiede voraus Forge Ahead Buch das ist sehr gut ok leg's mal bitte in deinen Gürtel ist schon weg das hat man ja auch ganz laut gehört leg's in deinen Gürtel ist doch schon gelernt vergiss es wieder ja warum bist du so schnell ich kann nix ich kann nix aufheben hier liegen Federn drin ok Moment Berti ja was hast du noch drin in deinem Inventar ich hab nicht genug ja man das wird zusammenschieben dass ich dir was geben kann äh Short Iron Pipes Fishing ja warte Short Iron Pipe bitteschön na wo ist denn das na jetzt so ähm Animal Fat ja Animal Hide ja äh Raw Pork ja ähm das kann ich verarbeiten äh Book ja Papier ja ja äh Old Sandwich nee Oil äh nee ähm Closs Fragments äh nee Scrap Elite äh nee aber gleich Bullet Chasing Casing ja ja äh Scrap Iron äh nee aber das Scrap Lead kannst du mir geben Nägel ja mhm äh Blood Back ja ja 762 Millimeter Bullet nein 9 Millimeter Bullet nein Scrap Brass nein Vitamine nee Painkiller ja eine behalte ich mir den Rest Christou äh äh Simple Bandage nee ähm Leather äh Can of Ham nee pump shotgun stock nein shotgun short stock nein shotgun pump nein oil barrel na ja 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 pistol barrel äh nee sharp stone äh ja nehme ich äh grain alkohol nee candy tin can äh ja kannst du mir geben gut ah ich hab Müllfass ich hab Müllfass sprengen so jetzt zuhause suchen ähm hier ist ne Klippe aber nö was ist denn hinter dieser Klippe ja du guckst ich lauf weiter ein See oh nee ich will wieder was ganz schönes haben was ist denn bei dir ganz schön äh zum Beispiel diese Kreuzung hier wo gehen wir denn hin äh auf die Insel mit zwei Bergen ja guck doch mal ich komm ja schon da läuft ein Schwein wo vor mir ja ich sehs hinter dir ist ein Zombie ich weiß und links ist ein Hirsch äh rechts waah scheiße irgendwie bin ich raus ich bin gestunt ich kann nix machen ich kann mich gar nicht bewegen komm schon jetzt irgendwie haut meine Steuerung grad nicht hin irgendwas stimmt nicht verteidigt mich mal ich kann mich gar nicht bewegen hast du vielleicht ins Windows raus getappt nee ich bin automatisch raus ich bin automatisch raus geflogen oh war das knapp uah Zombie so ich muss mich jetzt erstmal hochheilen Momentchen aus ach so das mag vielleicht an meiner ähm in meinem Leckerhund umfliegen dass die Zombies alle auch sehr zu vorkommen sind ja klar wartet mal bleibt mal bitte kurz stehen ähm was macht eigentlich die Zeit ja eben deswegen bleibt mal kurz stehen so lasst uns mal alle hier zusammen stellen alle am besten zu diesem Müllding ach dann würde ich sagen in der nächsten Folge entscheiden wir uns in welche Richtung wir gehen okay tschüss bis weiterhin tschüss tschüss tschüss